Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In diesem Video nehme ich dich mit zu einem kleinen Vlog. Und zwar werde ich zu einem zweitägigen Ausflug fahren. Das Ganze nennt sich Retreat. Und zwar mit einem Leadership-Programm. Und wir fahren zu einem Camp, ungefähr anderthalb Stunden entfernt. Ist so ein bisschen wie ein Outdoor-Camp und wir machen ganz viele Outdoor-Aktivitäten und so weiter. Ich bin sehr gespannt und jetzt geht's erstmal. Und zwar habe ich meine Sachen eingepackt. Und zwar nehme ich einmal einen Rucksack mit, einen Handgepäckskoffer, einen Pullover und darunter liegt mein Schlafsack. Und genau, sieht zwar viel aus für zwei Tage, aber ich denke mal, das wird ganz gut sein, weil es eben kalt ist. Und deswegen, genau, hoffe ich mal, dass ich genug eingepackt habe. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video und beim Zuschauen von meinem kleinen Ausflug. Ich bin jetzt auf dem Weg, mit ein paar Schuhe und tatsächlich zum Parken 15, glaube ich, bei der genauer Ebene sind hier an. Und ja, ich bin jetzt auf dem Weg, aber 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 das wird sich natürlich an, wenn wir jetzt jetzt auf dem Weg fahren. Und dann sagen wir mal, dass wir hier weiter. Wir sind angekommen und haben eben Lasertag gespielt und jetzt machen wir irgendwas mit Essen da los. Irgendwie so im Keks oder so, keine Ahnung, mal gucken. Und bis jetzt hat mir sehr viel Spaß und ich habe zum ersten Mal Lasertag gespielt. Es war eine Erfahrung. Mir hat Spaß gemacht und jetzt lassen wir hier noch am Lagerfeuer ein bisschen oder am Kaminfeuer den Abend ausklingen, würde ich sagen. Ich habe sehr gut geschlafen und jetzt geht es zum Frühstück und ich würde sagen, drehen wir mal die Kamera um. Seht ihr, wo ich hier so lang laufe. Es ist super schön, vor allem mit dem Herbst und den ganzen gefärbten Blättern. So, wir hatten jetzt gerade Mittagessen und genau davor hatten wir so Workshops zu Leadership und jetzt geht es zu High und Low Ropes. Ich glaube, das ist sowas wie Kletterwald. Genau, mal gucken, wie es wird. Ich bin ja nicht so der größte Freund von Höhe, aber genau, auf jeden Fall geht es da jetzt hin und dann mal gucken. So, wir sind jetzt hier in der Windweg. Ja, genau. Ich geließe jetzt die Aussicht hier ein bisschen aus dem Bus hinaus. Ich fahre die ganze Zeit an die Frische, scheinbar einfach vorbei, anzubetreiben. Und ich weiß, es ist anwurscht auf ganz viel. Und natürlich, die wollen wir sehen. Viele sind schon nicht mehr. Ja, sonst müssen es jetzt schon gut. Genau, ich bin schon so. Ich sitze schon. Jetzt ist es schon 7 Uhr oder so, also 19 Uhr. Und wir stehen jetzt hier gerade an für den Halloween Kostüm Store und es ist crazy. Es ist wirklich crazy. Wir stehen jetzt hier seit 10 Minuten und stehen jetzt in der Warteschlange. Und ich weiß nicht, wie lange wir noch stehen. Hinter mir seht ihr schon den Kostüm Store. Ich zeige euch auf jeden Fall drinnen, wie es aussieht. So, wir sind jetzt drinnen und wir finden jetzt noch ein Kostüm. Es ist riesengroß. 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 Wir sind soweit und ich habe was gefunden. Maggie, are you excited? I'm very excited. So, wir sitzen jetzt am Tisch und haben Essen bestellt. Ich habe mir frittierte Aubergine bestellt mit Spaghetti. Und was gibt es dazu? Ja, Tomatensauce. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Und ja, das Menü ist mega riesig. Ich habe das bestellt. Und dazu einen Salat. Mal gucken. Auf der Rückseite gibt es nur Getränke. Are you excited? Unsere Getränke sind schon da. Und das Lustigste ist, hier steht einfach ein Mini-TV. Was auch immer man da machen kann. Oh, da gibt es einen Spielclub. No Games. Ich kann Spiele spielen. Lustig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich keine Endszene gedreht habe. Deswegen sieht es jetzt hier so aus. Ich hoffe sehr, dass euch der kleine Einblick in den Fallbreak gefallen hat. Und ich hatte auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit. Ich freue mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben oder auch einen Kommentar in der Kommentarbox. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei bist wieder. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Tschüss!